Da ist er, da ist er. Oh mein Gott, ich habe überlebt. Was geht, Leute? Mein Name ist der Kiste. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Und ich bin wieder Fortnite Battle Royale. Leute, es gibt einen neuen Skin, der nennt sich den Finsterbomba. Was quasi die finstere Seite, das ich glaube, heißt Farbombas ist. Und alles ist finster. Und Halloween steht hier vor der Tür, Leute. Deswegen, mir fällt dann auf, ich muss wieder ein paar Sachen bei mir zum Bestellen, die gruselig sind. Aber hier haben wir, Leute, auf jeden Fall spielen wir heute mit diesem Skin hier. Und ich werde ein paar Sachen machen, so, ähm, ja. Also entweder ich lade gar keinen Fortnite hoch und ich warte Wochen, bis ich wieder erster werde. Oder ich lade Fortnite hoch und ich werde vielleicht erster, vielleicht aber auch nicht. Und genau das machen wir heute. Deswegen, lasst uns reingehen, Leute. So, momentan zocke ich selber nicht so viel. Deswegen, ja. Aber, Leute, die Skits muss ich mir holen. Weil ich weiß, es gibt immer wieder die Zeit, wo ich weniger zocke, ein bisschen mehr zocke. Das ist ganz normal bei mir, Leute. Also, ja. Wie auch immer, lasst uns reingehen. Gucken, ob wir ein Spiel gewinnen können. Und wenn nicht, dann nicht. Ach ja, ich weiß zwar nicht, ob du das schon getan hast, aber du kannst gerne mal ein neues Video auf meinen neuen Kanal auschecken, wo ich quasi so eine Art FAQ gemacht habe, eure Kommentare vorgelesen habe. Auf lustige Art und Weise. Also, ja. Link in der Beschreibung zu dem Video. Kannst du gerne ausschecken. Okay, okay. Ich finde, das sieht ziemlich geil aus, das Skin, muss ich sagen. Irgendwie so bösartig. Und das gefällt mir. Die Insel bewegt sich, äh, die bewegt sich, glaube ich, immer zu diesen Punkten hier. Also, zu diesen Teilen hier. Und dann passiert irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was. Also, so sehr mit der Insel verfolge ich das jetzt nicht. Aber es ist trotzdem relativ interessant. Ist sie jetzt wirklich? Die ich ja wirklich nehme, soll die Springs. Ach, du Kacke. Naja, gut, also wenn das so ist, dann wollen wir mal hingehen. Ah, ich habe meinen Gleiter noch nicht gewechselt, leider. Ist aber in Ordnung, Leute. Ich kann damit leben. Definitiv. Aber ich muss mal irgendwo anders zu gehen und nicht immer zu soll die Springs. Da steht sowas von fest, Leute. Okay, wir haben eine... Geil. Wir haben eine soffende, Leute. Sehr gut. Oh, einen normalen Schild habe ich auch bekommen. Okay, der Anfang ist schon mal fantastisch. Ich merke aber, ich bin noch eingerostet, Leute. Also, ich bin super eingerostet, ey. Hey, die Gripplinger an. Yeah, nice. Okay, ich würde ja gerne dahin gehen. Aber gerade will ich kurz gucken, ob hier noch Leute sind. Ja, da ist tatsächlich jemand. Mal sehen, was hier drin ist. Uh, nice. Nicey, dicey, Bro. Kann ich ja gleich mitnehmen. Hier ist jemand. Hab ihn. Okay, gut, Leute. Leider bin ich... Ja, ich sterbe, oder? Ich sterbe sowas von, Leute. Ja, das war's. Erste Runde. Kann mich bitte jemand daran erinnern, dass ich bei der nächsten Runde meinen Gleiter wechsel. Und wir haben einen Schild. Ist hier jemand gelandet? Auf dem Dach? Ja, nee, nicht auf dem Dach. Okay. Uh, uh, uh. Let's go, Senoritas. Nehme ich gerne. Das ist klar. Yeah, ist nice. Sehr gut, Leute. Besser geht's gar nicht gerade. Kann ich mal Granaten reinwerfen, oder nicht? Ist er geht, oder? Ich glaube, er ist hier drin, Leute. Ja, okay, das war... Also, es war ja wirklich ein großer Loop. Also, es tut mir ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Nicht wirklich. Oh, da ist jemand. What? Da ist jemand, Leute. Wortwörtlich. Da ist jemand. Äh, hallo? Bitte, kannst du sterben? Geht doch. Ich hab mich echt gewundert, wäre der nicht gestorben, ey. Ey, Halloween. Cool, ich hab das mal an. Ja, die haben es dekoriert. Ich liebe Halloween, Leute. Tatsächlich hab ich mich gar nicht so oft verkleidet, aber ich mag's trotzdem. So, weiß nicht. Irgendwie kam das erst, so. Letztes Jahr oder so. Hier ist zwar ein Rift, das ist zwar sehr schön und gut, aber... Dieses Teil gibt einem so viel Metall, ne? Ist ja nicht so normal. Soll ich es nehmen? Ich glaub, ich mach's mal. Ja. Ich mach's, Leute. Let's go! Ich weiß zwar nicht, wohin, aber bestimmt finden wir irgendwo einen coolen Ort. Naja, hier ist das so auf jeden Fall. Steht fest. Danke. Perfekt, Medikett. Geil. Wir könnten zu einem Geist werden, aber ich will das nicht, ehrlich gesagt. Obwohl, ich könnte ja mal kurz... Bäm! Geil, Alter. Okay, wo lang wollen wir? Wo lang können wir bauen? Nee, das ist leider nicht. Schade. Können wir irgendwie Schattensprung mit R, ne? Das ist geil, Mann. So kann man auch fliegen, ne? Das ist mega cool, Leute. Oh, ich bin wieder normal, okay. Also hält mich vor allem an. Schade. Wär geil gewesen. Da ist jemand. Okay. Damn. Alter, verdammt. Nicht dein Ernst, oder? Nicht dein Ernst, Bro. Stopp! What? Hallo? Oh, ich hab mich gewundert. Ohne Scheiß. Ich dachte, ey, wenn der mich noch trifft mit der Stipe, bin ich so... Ich freu mich dann extrem wirklich, wenn er mich treffen würde. Nein, ehrlich, ich wäre extrem sauer. Und nochmal sauer gerade. Und noch mehr Minischilder. Holy moly. Wir bekommen so viele Minischilder, ey. Oh nein. Hier ist jemand, Leute. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Hier ist jemand, ja. Das war klar. Das war klar, Leute. So, nice. Okay. Ja, deswegen brauche ich gar nicht versuchen, Erster zu werden, Leute. Weil sowas mir immer wieder passiert. Ich hatte immer mal einen Gleiter und da probiere ich es nochmal, Leute. Aber sowas passiert mir leider jedes einzelne Mal. Deswegen habe ich es aber aufgegeben. So, irgendwann werde ich einfach von irgendwo gesnipert. Ich bin nicht immer mehr sauer. Wortwörtlich. Danke, Busfahrer, dass du uns fährst. Und letzter Versuch jetzt, Leute. Wir gehen zu Rita Row. Wenn ich sterbe, sterbe ich. Wenn ich nicht sterbe, dann sterbe ich nicht. Okay, Stufland, da haben wir schon mal. Nice. Das haben wir ebenfalls. Sehr gut, Leute. Schön. Geil, 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 geil. Geil, 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 geil. Hier ist ein Geist, oder? Wo ist er? Hä? Verdammter Geist. Hä? Ich sehe, ich... Alter. Ist das nervig, ey. Jetzt ohne Witz. Blöder Geist, ey. Da bist du doch. Wow. Du hattest viel Leben, oder? Du hattest ziemlich viel Leben, Bro. Holy moly. Der Typ war einfach ein Geist. Ich lade kurz nach. Kann ich nicht mehr, okay. Okay. Du willst sterben, oder? Oh nein, nein, nein. Ah, nein. Den haben wir sehr gut. Uh. Okay, zum Glück habe ich noch eine Munition bekommen. Und alles, was wichtig ist im Leben. Oh, hier ist noch mehr Schilds. Noch mehr Mini-Schilds. Äh, ist das manchmal normal? Und nimm mir das mal. So, hier vier Stück. Geil. Okay, lass den Gegner ab. Wir haben ein bisschen erwischt, Leute. Ein bisschen Schaden gemacht, auf jeden Fall. Keine Ahnung, wo er ist. Aber er wird hier irgendwo sein, oder? Vielleicht muss ich mich einfach noch mehr bewegen, oder so. Wegen dem blöden Snipern, ey. Die nerven wirklich unnormal. Das kann ich euch erzählen, Leute. Wer ist hier? Hier ist er. Oh. Es war mir gerade egal, ob der in der Falle hätte sein können. Ich wollte einfach nur überleben. Hat irgendwie funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert weiterhin, Leute. Nice. Ich versuche mal ein bisschen mehr in Bewegung zu bleiben. Das ist das Ding. Hoffentlich klappt's. Da ist jemand, Leute. Ach, verdammt. Okay. Da ist noch einer hinter ihm. Aber das ist ein Noob, Leute. Das ist das Ding. Das ist ein richtiger Noob, Leute. Er ist dort, ne? Irgendwo. Okay, ich habe dich nachgeladen. Lass mal nach. Er ist hier. Alter Schwede. Kannst du mir bitte noch mehr Herzinfarkt geben, Bro? Vor allem, die haben immer so viel Leben, ne? Ich habe schon eine krasse Waffe, so. Und die wollen nicht sterben. Aber ich habe zwei Medipacks bekommen. Das ist schon krass, eigentlich. Nicht schlecht, nicht schlecht, Leute. Aber wenn ich das Stufen hatte, hätte ich gestorben, übrigens. Habe ich auch gemerkt. Ich benutze mittlerweile mehr andere Waffen als Strohflinten. Das ist das Ding. Kann ich euch nur empfehlen, Leute. Also Strohflinten sind halt nicht mehr so... Sind schon noch gut, aber Maschinenpistolen von MP90 und so. Die haben es echt in sich, Mann. Rapplinghook nehme ich mit. Ist geil immer. Die Waffe ist wirklich geil. Und wir haben noch ein Schild bekommen, um voll zu sein. Perfekt. Da ist jemand. Hä? Ist das dein Ernst? Okay. Ähm, keine Ahnung. Hey, haben wir eine geile Strohflinte bekommen. Eine goldene. Ich weiß nicht wirklich meine Meinung zu der Strohflinte. Irgendwie ist die geil, aber irgendwie auch nicht, wenn man nichts trifft. Aber mit der P90 im Petto ist die schon ganz geil, wenn man hier... Aber selbst wenn man verfehlt, zu P90 gehen kann. Von wo schießt er? Von wo schießt er, Lappen? Da ist er. Hab ihn gefunden, Leute. Hab ihn gefunden, Leute. Okay, er ist da unten. Da ist er. Okay. Er kommt. Oh, ich bin tot, oder? Bin ich tot? Oder bin ich tot, Leute? Was sagt ihr? Bin ich tot, oder bin ich tot? Ich glaube, ich bin tot irgendwie. Ich meine, er hat mich nicht einmal erwischt, aber... Ganz so aus, als könnte ich tot sein. Oh mein Gott, nein. Ah. Hör auf damit. Was für ein Loser. Okay, wisst ihr was? Ich mach mal alles kaputt hier. Wo ist er? Oh Gott, jetzt kommt der Sniper wieder. Da ist wieder ein Sniper, Leute. Ich glaub's nicht, ey. Ist das nervig? Wieso ist da wieder ein Sniper? Ich mach mal alles kaputt, ja. Da ist noch einer, der kommt. Das ist ja geil, ey. Ich geh mal hoch. Ich geh mal da ganz hoch. Da ist er. Ja. Ist der andere auch tot oder nicht? Niemals, ne? Da ist er. Oh nice, ich hab beide bekommen. Okay, das ist gut. Viele Sachen auf jeden Fall hier. Sehr viele Sachen. Was mir sehr gefällt. Ich nehm einfach mal ein paar Sachen mit. Und ich würde sagen, Leute... Wir hauen langsam ab, oder? Aber hier ist noch jemand, leider. Au. Oh nein. Ah, Schade, Leiden, leider. Na prima, ey. Muss ich gleich Medi-Pack benutzen. So nervig. Da ist ein Geist. Aber ich baue mich kurz hoch. Und muss jetzt mal kurz was nehmen. Es sei denn, der Geist kommt jetzt. Ne, ich hasse diese Stellen. Hier sterbe ich immer. Ich sollte daraus lernen. Nicht mehr neben Bäumen hochladen. Da sterbe ich immer. Bis jetzt bin ich so oft gestorben. Weil ich mich neben einem Baum hochgebaut habe. Ihr glaubt gar nicht, wie oft es war. Sehr, 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 sehr oft. Da ist jemand, Leute. Ja. Ah, die Frage ist, was soll ich tun? Soll ich... Er sieht mich, ne? Er sieht mich leider. Okay. Na ja. Weil da leben noch zu viele, Leute. Es leben noch zu viele. Es leben einfach noch zu viele. Um hier zu kämpfen. Das ist das Ding. Es leben wirklich noch zu viele, Leute. Um zu kämpfen. Sei, bin ich ganz ehrlich, Leute. Aua. Das hat weh. Oh Gott. Der hat eine gute Waffe, ne? Der hat eine verdammte gute Waffe, Leute. Was ist das? Oh Mann, hör auf damit. Mann, hör auf. Lass mich doch mal in Ruhe. Oh mein Gott. Der Typ will mich nicht in Ruhe lassen, Leute. Der muss von jemanden getötet werden. Das steht fest. Der muss von jemanden getötet werden. Aber sowas von... Ich weiß auch nicht, zu viel Schale langweil. Ich glaube, das könnte mein Tod sein jetzt. Daher kommt er. Er ist hier. Okay. Er ist hier, Leute. Ich bringe ihn mal nach unten. Okay, sehr gut. Den haben wir bekommen. Er hat zweite im Stort, aber... Warte mal, ich nehme mal das hier nur. Sehr gut. Genau, jetzt brauche ich mich hoch. Perfekt. Okay, zum Glück habe ich die Falle dort platziert, ey. Und ich wusste, dass er von hinten attackiert wird. Lass mal sehen. Jetzt ziehen wir hier das hier. Hat bestens sehr gut geklappt, wirklich. Phänomenal, Leute. Ich glaube es gar nicht, wie gut das geklappt hat. Da ist er doch. Alter, da ist er doch. Ist das dein Ernst? Ist nicht dein Ernst, oder? Neun Kills? Damn. Ich gehe mal da hin, Leute. Alter Schwede. Besteckt sich hier da? Wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich, Leute. Ich nehme mal die Scar nach vorne. Das kann ich wegtun. Und naja, wir haben hier halt ein Jumphead, ne? Uh, das läuft älter. Ja, das passiert mir öfter, dass ich in sowas reinfalle. Das kann auf jeden Fall passieren, an mir vor allem. Ich weiß auf jeden Fall, wo der Nächster ist, Leute. Ah, ich sehe ihn auf jeden Fall. Okay. Vielleicht können wir Erster werden, Leute, noch. Vier Leute leben. Na gut, es geht los, Leute. Jeder baut sich irgendwo hin. Das ist sehr interessant, Leute. Ich werde euch jetzt Jumphead benutzen, um da hinzukommen. Ich werde ein bisschen schillen, Leute. Ein bisschen werde ich schillen. Da oben ist ein Sniper. Ja, ich muss zu ihm hin, glaube ich. Ne, ich muss nicht, aber ich sollte, oder? Geh, warte mal. Da ist jemand auf jeden Fall. Oh nein. Ich dachte, ich werde Schade leiden, ey. Okay, der baut sich hoch. Wir müssen da hin, ne? Stimmt, Leute. Wir müssen da woanders hin. Ich mache jetzt etwas, was ich noch nie gemacht habe in meinem Leben. Aber ich gönne mir jetzt. Okay. Jetzt mache ich es. Nimm das. Nimm das, Bro. Nimm, nimm das. Nice. Nice. Wow. Bam, 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 bam. Okay, hier ist noch einer, der lebt. Also sollten wir chillen. Wir sollten chillen, Leute. Wisst ihr was? Ich habe irgendwie Bock, richtig aggressiv zu sein. Ich mache es jetzt. Ich bin so dumm, ey. Ich bin richtig dumm, aber ich mache es. Ist das dein Ernst? Hast du dich gerade selber ermordet? Hat er sich gerade selber getötet und mich einfach mit reingezogen? Alles klar, Jan. Und jetzt bin ich da nicht mehr das Spiel. Wegen dir. Was für ein Freak, ey. Entweder der Gegner ist jetzt der größte Luke der Welt, oder ich gewinne gar nicht. Aber ich habe echt wenig Leben, Leute. Wo ist der Letzte? Bin tot, oder? Ja, der Sturm kommt leider. Da ist er, da ist er. Oh mein Gott, ich habe überlebt. Yes! What? Ich wollte nicht mein erster werden. Ich hatte so wenig Leben. Alter! Wow! Oh mein Gott. Okay, Leute. Das war... Ich bin so glücklich gerade in meinem Leben. Ich bin so glücklich! Vielen Dank, wir schauen für mehr Fortnite. Lasst noch rum, da falls du es nicht schaffst, dann schreibe. Geht episch in die Kommentare! Check mal jetzt meinen neuen Kanal aus in der Beschreibung. Ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye, bye! Danke für's für eine Schau des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts, also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Videocontent. Und falls du schon abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke für's für eine Schau und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!